Jetzt kommen wir aber nochmal zu einem anderen Thema. Ich habe mir heute Morgen viele Gedanken darüber gemacht, was ich für diese Moderation anziehen soll. Da hatte ich natürlich mehrere Outfits zur Auswahl. Das geht euch vielleicht ähnlich und wir neigen ja gerne dazu, zu viele Klamotten und vor allem nur neue Klamotten zu kaufen. In Nürnberg gibt es aber einen Laden, der diesem Trend entgegenwirken will. Ich habe mir jetzt Andrea aus dem Mitarbeiterteam des Umsonstladens geschnappt. Sie erzählt, wie es zu der eigentlichen Idee kam. Also den Laden, den gibt es ja schon länger, den gibt es schon seit 15 Jahren. Ich bin erst seit drei Jahren dabei, deswegen nicht im Gründungsteam dabei. Unsere Gründerin, oder eine der Gründerinnen, die Johanna, die betreut das immer noch. Und der Gedanke war natürlich Nachhaltigkeit. Es geht darum, dass wir weniger wegwerfen und sagen, eine zweite Chance geben. Super coole Idee. Wie groß ist denn euer Team und seid ihr alle ehrenamtlich hier? Wir sind nur ehrenamtlich hier, alle sind ehrenamtlich. Wir sind um die zehn Leute. Das ist immer ehrenamtlich klar, das ändert sich. Neben dem Team aus fleißigen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, wie finanziert ihr denn den Laden? Also finanziert wird aus Spenden ausschließlich und die sind dazu da, um die Miete zu decken. Genau. Und wenn die Mieteinnahmen mal nicht reichen, dann steht noch ein Verein dahinter, der dann die Differenz begleichen kann. Aber wir versuchen das hinzukriegen mit der Miete. Was kann ich denn bei euch abgeben bzw. shoppen? Also im Prinzip alles, was man tragen kann und was man noch weiterverwenden kann, nicht kaputt ist. Das geht von Kleidung. Von Kleidung gibt es ja so riesige Überschüsse auf der Welt, dass sich jeder zehnmal einkleiden könnte oder noch öfter. Und das bringt halt einen ganz großen Teil zum Thema Klimawandel mit sich. Und ja, dann sehr begehrt sind Haushaltstextilien, Haushaltswaren, also alles, was man so in der Küche findet. Und Dekoartikel, Kinder, Spielzeug, genau, Taschen und alles Mögliche. Wie sind denn so die Reaktionen auf den Umsonstladen? Also der Laden ist auf jeden Fall immer oder sehr oft gut besucht. Also die Leute mögen den Laden echt gerne. Und ja, also ich glaube, es ist auf jeden Fall sehr wertschätzend. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall immer, wenn Kunden sagen, schön, dass es euch gibt. Das zeigt uns irgendwie, dass da einfach ein Mehrwert irgendwie hinter der Arbeit steckt, die wir auch hier so gerne reingeben. Das ist dann immer echt schön. Ihr findet den Umsonstladen in Gostenhof, in der Rothenburger Straße 51a. Er ist am Dienstag und Freitag von 16 bis 19 und am Samstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Also gerne vorbeischauen und durch die Regale stöbern. Also gerne vorbeischauen und durch die Regale stöbern.